Hallo liebe Weitkriegs Fans zur 24 Folge Weitkriegs TV hier heute vom Geisterspiel der Weitkriegs gegen die Bad Wildungen Weipos die eine Anreise von 257 Kilometern hinter sich hier haben und ihr letztes Lira Spiel gegen die Kurve Heizbären knapp mit 32 zu 30 für sich entscheiden konnten. Bad Wildungen belegt nach 8 Spielen den 10. Tabellenplatz mit 8 zu 8 Punkten im Vergleich wieder den 8. Platz mit 9 zu 7 Punkten. Also auch ohne Zuschauer steht hier heute ein spannendes Bundesliga Spiel, nichts im Wege und wir hoffen alle auf eine Revanche vom Pokal aus. Die Weitkriegs beispielsweise in der gehtheextend answeruerdo in der Debatte Bruno Gröning Bundeslern, Leiter und auch unshaush Enemy ver repertoire Franz. D'he мы georgt. Binnen nivel in Dazvin, Dazvin, Dazvin und Dazvin, Dazvin und Dazvin, Dazvin und Dazvin. Musik Soviel, das zweite Aufeinandertreffen auf Bad Wildung, zweite Niedernahre. Was ist da los? Ja, ich weiß nicht. Wir haben uns eigentlich echt gut vorbereitet die ganze Woche. Wir haben uns aufs Spiel eingestellt. Wir wussten, was sie spielen. Wir sind, glaube ich, auch sehr gut ins Spiel gekommen mit unserer aggressiven Halbverteidigung aus der 6-0. Ich weiß nicht, was dann ab Mitte der ersten Halbzeit los war und es hat sich die ganze zweite Halbzeit durchgezogen. Wir sind überhaupt nicht mehr ins Spiel gekommen. Wir hatten gar keinen Zugriff mehr. Also ich glaube, wir müssen das analysieren und als Team aufarbeiten, weil ich glaube, so etwas können wir hier nicht zeigen. Für dich ist Heimdebüt nach deiner langen Verletzungspause, leider vor Lernrängen. Wie war es trotzdem für dich heute? Ich persönlich muss sagen, ich bin einfach froh, dass ich wieder auf der Platte stehe, dass ich mit den Mädels spielen kann. Ich hatte mein Debüt in Rosengarten, da waren noch Zuschauer da. Es war zwar nicht zu Hause, aber trotzdem schön. Und dass ich hier natürlich vor null Zuschauern spiele und mein Heimdebüt gebe, muss ich so hinnehmen in der heutigen Zeit. Kann man das leider nicht ändern. Und es ist ja Weihnachtspause, EM-Pause, nächstes Spiel erst Ende Dezember. Wie nutzt ihr jetzt die Zeit? Oder ist es trainingsfrei? Oder wie sieht es aus bei euch? Wir werden jetzt noch ein paar Tests durchlaufen. Die Woche werden wir noch trainieren, dann werden wir ein paar Tage frei haben. Und dann werden wir uns intensiv vier Wochen aufs kommende Spiel nach Weihnachten vorbereiten. Und werden wieder neu starten mit hoffentlich neu generierten Kräften und viel mehr Überzeugung als heute. Dankeschön. Das war die 24. Folge von Weitkreis TV. Das nächste Spiel der Weitkreis ist auswärts am 27.12. gegen die HSG Benzheim-Auerbach. Und dann am 30.12. das nächste Heimspiel, ein Tag kurz vorm Jahreswechsel. Dann erwarten wir hier um 19.30 Uhr die HSG Blomberg-Lippe. Dann erwarten wir hier um 19.30 Uhr die HSG Blomberg-Lippe.